Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Kleiner, Theaterspielen und portugiesische Versuche, also das habe ich heute auch das erste Mal vom Präsidenten gehört und erlebt. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich heute Abend hier. Ganz besonders freue ich mich, dass der neue, kann man noch sagen, Kommissar für Wissenschaft, Forschung und Innovation der EU heute Abend in Deutschland hier bei dieser Veranstaltung unser Gast ist. Seien Sie herzlich gekommen und hoffentlich oft in Deutschland. Ich begrüße ganz herzlich meine Kolleginnen aus Brandenburg, Frau Kunst und aus Bremen, Frau Quante Brand. Ich freue mich, dass meine Kollegin auf Bundesebene, Frau Staatsministerin Böhmer da ist und es ist sehr schön und das schafft Leibniz immer, dass so viele Abgeordnete da sind, aus dem Bereich, der sich mit Wissenschaft und Forschung beschäftigt. Und ich hoffe, ich habe jetzt alle erblickt, die da sind. Ich begrüße Frau Hübner, Herrn Gehring, Frau Benning, Herrn Rossmann, Herrn Röspel und Herr Kretschmer wurde mir gesagt, ist auch noch hier. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allen Dingen Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft. Diese Jahrestagung ist schon ein Stück fester Punkt im Terminkalender. Und Herr Mayer, im letzten Jahr haben wir an derselben Stelle auch gefeiert oder haben sozusagen die Festveranstaltung begangen. Und ich habe damals, das war noch ganz neu, es war auch Anfang nach den Koalitionsverhandlungen etwas dazu gesagt, wie sind die forschungspolitischen Ziele in dieser Legislaturperiode. Und ich freue mich, dass ich heute einiges dazu sagen kann, wie es konkreter inzwischen geworden ist, konkrete Erfolge verkünden kann. Da ist zum einen die BAföG-Reform. Wir haben heute gerade im Bundestag die letzte Lesung gehabt, Haushalt 2015. Und damit ist klar, dass ab 1. Januar, wenn der Bundesrat nicht gegenspricht, dass ab 1. Januar die BAföG-Mittel in Höhe von 1,2 Milliarden Euro vom Bund zusätzlich übernommen werden, damit diese Gelder frei werden. Das war aber schön. Es ist sehr viel Geld und die Länder haben die Pflicht, diese Summen für die Zukunft, für den Wissenschaftsbereich insbesondere, so steht es im Gesetz, einzusetzen, auch für den Schulbereich. Und ich sage es immer wieder, das ist etwas ganz anderes, als wir in den letzten Jahren hatten. Es ist kein Programm, auch kein großes Programm, sondern es ist dauerhaft Geld für Dauerstellen, für Daueraufgaben und deswegen eine Riesenchance, insbesondere, glaube ich, in den Ländern auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Und Sie wissen, dass ich im letzten Jahr oder am Anfang des Jahres gesagt habe, Entschuldigung, Anfang des Jahres, dass wir uns leider nicht verständigen konnten in den Koalitionsverhandlungen, was die Grundgesetzänderung betraf, obwohl das die Wissenschaftszene eigentlich erwartet und schon als Gesetz angenommen hat. Und es ist dann, wenn eine Sache im Koalitionsvertrag steht, da muss man es nur noch ordentlich gesetzgeberisch umsetzen. Wenn es aber nicht drinsteht, etwas zu erreichen, das ist außerordentlich schwierig. Und deswegen war es nicht einfach, diese Milliarden BAföG für die Länder, aber eben auch die Grundgesetzänderung, die wir jetzt mit einer sehr schönen, satten Zweidrittelmehrheit im Bundestag verabschiedet haben. Und nun hoffe ich auf den Termin im Dezember, dem Bundesrat am 19. Dezember. Und wir haben am Ende Oktober in der gemeinsamen Wissenschaftsministerkonferenz, denke ich, ein wirklich großes Paket geschnürt, ein großes Paket mit Bedeutung für den Forschungsstandort Deutschland. Und Herr Kleiner hat schon über Summen gesprochen, Milliarden von Summen. Der eine Punkt ist der Hochschulpakt. Der Hochschulpakt, der jetzt läuft, der allein in dieser Legislaturperiode fast sieben Milliarden kostet, wo wir entschieden haben von Seiten des Bundes, dass wir reagieren auf die nochmal erhöhten Studierendenzahlen. Und das ist etwas, was mir schlaflose Nächte bereitet hat. Dass wir bei all den Planungen dann die Situation haben, nochmal mehr Studierende. Und das bedeutet, dass sozusagen in diesem Jahr nochmal akquiriert werden musste, eine Summe von 1,2 Milliarden, um in dieser Legislaturperiode in der zweiten Phase diese mehr Studierenden zu finanzieren. Und wenn man weiß, wie wir diskutieren über eine Milliarde für Breitbandausbau oder anderes, dann zu sagen, zu den Paketen nochmal 1,2 Milliarden. Das wissen, glaube ich, viele hier im Raum, dass das nicht einfach ist. Und es ist gelungen. Und das heißt für das Jahr 2015 200 Millionen mehr, um entsprechend auszufinanzieren. Wir haben in der GWK uns auf die Fortführung der DFG-Programmpauschalen verständigt. Und ich denke, das ist richtig. Wir hätten das Geld, was vom Bund reserviert war, natürlich auch einsetzen können für neue Programme. Mit 800 Milliarden kann man schon eine Menge an Programmen stemmen. Aber das Element der Programmpauschale ist wichtiger als ein neues, spezielles Programm, weil es für alle wichtig ist. Und weil es für mich auch so ein Stück Gerechtigkeit, gerade in den Bundesländern, in denen die Grundfinanzierung nicht so stark ist, die Möglichkeit, dass dort die Programmpauschale und damit die Partizipation an den DFG-Mitteln entsprechend gesichert ist. Und ich bin sehr froh, dass wir uns mit den Ländern verständigen konnten. Und das ist jetzt nicht 20, sondern ab 16 22 Prozent Programmpauschale sind und die Sicherheit dieser Pauschale für die nächsten vier Jahre. Aber eben auch die Beschlüsse zur Exzellenzinitiative, zur Weiterführung der Exzellenzinitiative nach 2017. Der Pakt für Forschung und Innovation entverhandelt für die nächste Phase. Für die nächste Phase heißt das für die Laufzeit von fünf Jahren ab 2016. Und Herr Kleiner hatte gesagt, was das für die Leibniz-Gemeinschaft bedeutet. Es bedeutet aber auch eine Erhöhung entsprechend für die deutsche Forschungsgemeinschaft und damit auch eine größere Möglichkeit für die Hochschulen. Wir erwarten im Gegenzug von der Leibniz-Gemeinschaft, aber auch von den anderen Außeruniversitären natürlich entsprechende Bemühungen bei der Realisierung der Paktziele. Das heißt also das Thema wissenschaftlicher Nachwuchs, das heißt das Thema Gleichstellung, das heißt aber auch das Thema Digitalisierung. Und ich denke, dass die Ziele, die man sich gestellt hat, auf die wir uns verständigt haben mit der Leibniz-Gemeinschaft, dass die ehrgeizig sind, dass ich aber doch denke, dass wir in den letzten Jahren viel in dem Bereich erreicht haben und uns verlassen können darauf, dass man diese Ziele sehr, sehr ernst nimmt. Und wenn ich an Kaskadenprinzip und die Ergebnisse denke, dann ist die Leibniz-Gemeinschaft an der Stelle gut aufgestellt und sie hat von dem Pakt in den vergangenen Jahren schon erheblich profitiert. Die institutionelle Grundförderung der Leibniz-Gemeinschaft hat sich von 2005 jetzt auf 2015, auf das nächste Jahr von 737 Millionen auf über eine Milliarde erhöht und in der Reihe der Jahre sind das dann mehrere Milliarden. Aber es geht nicht nur um die finanzielle Stärkung. Die Leibniz-Gemeinschaft war immer in einer nicht besonders einfachen Situation, wenn es darum ging zu charakterisieren, was ist das Typische bei Leibniz. Das ist bei Max Planck und Helmholtz oder Fraunhofer sehr viel einfacher. Und wir hatten sehr lange Diskussionen. Lange Diskussionen im Senat der Leibniz-Gemeinschaft, aber auch in der GWK und in informellen Gruppen. Wie ist es für die Zukunft der Leibniz-Gemeinschaft? Und ich denke, da sind wir in diesem Jahr 2014 einen entscheidenden Schritt weitergekommen, weil Bund und Länder die Dezentralität unterstützen, die koordinierte Dezentralität und insbesondere den Ausbau erfolgreicher Instrumente zur Vernetzung, also Verbünde und Wissenschaftskampi, sodass die Leibniz-Gemeinschaft jetzt, das ist fest vereinbart, ganz anders als zuvor einbezogen wird für strategisch relevante Entscheidungen, beispielsweise Neuaufnahmen oder den strategischen Ausbau von Instituten. Und das entspricht auch den Empfehlungen, die der Wissenschaftsrat für die Leibniz-Gemeinschaft und für die Zuwendungsgeber gemacht hat. Wir haben die Leibniz-Gemeinschaft auch im Laufe dieses Jahres durch die Aufnahme von drei weiteren Einrichtungen in die Leibniz-Familie gestärkt. Und Leibniz ist immer noch sehr begehrt als Institution, in die man gerne hinein will. Wir brauchen natürlich in Deutschland starke Forschungsorganisationen. Hier steht die Leibniz-Gemeinschaft in direkter Tradition zu ihrem Namensgeber. Und unter dem Motto Wissenschaft zum Wohl und Nutz der Menschen würde ich nur an einer Stelle zitieren, was Leibniz sagte. Er sagte, es ist einer meiner Überzeugungen, dass man für das Gemeinwohl arbeiten muss und dass man sich im selben Maße, in dem man dazu beigetragen hat, glücklich fühlen wird. Na dann. In dieser Tradition, denke ich, ist auch die Leibniz-Gemeinschaft wie geschaffen für die Beteiligung an Horizont 2020, dem neuen EU-Forschungsrahmenprogramm. Einmal wegen des europäischen Gemeinschaftsgedankens, aber weil sozusagen das zentrale Motto Wissenschaft zum Wohl und Nutz der Menschen auch über Horizont 2020 stehen könnte. Und weil Herr Moedasch heute hier ist als neuer Kommissar, dann kann ich nur sagen, wir setzen auf Sie. Und weil ich seit heute Nachmittag weiß, dass Sie beteiligt waren von der portugiesischen Seite bei den Verhandlungen mit der Troika, dann denke ich, dass man da eine Menge Erfahrung hat, wenn es um Verhandlungen für Geld für den Wissenschaftsbereich geht. Und wir setzen da auf Sie, Herr Moedasch, ganz deutlich. Wir wollen im Rahmen von Horizont 2020 exzellente Grundlagenforschung, die auch im europäischen Rahmen gefördert werden soll. Es geht uns aber auch dort sehr, sehr stark um die Übertragung der Forschungsergebnisse zu marktfähigen Produkten. Und ich denke, dass wir neben dem 2007 gegründeten Europäischen Forschungsrat insbesondere in den Blick nehmen sollen, dass in den allen thematischen Bereichen, wenn es um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen geht, Forschung im Verbund noch viel stärker als bisher ermöglicht werden soll und damit auch Chancen für vernetzte Forschung. Und ich denke, gerade in einem Jahr, in dem wir das Gedenken an die zwei Weltkriege sehr stark im Mittelpunkt hatten und sagen können, dass das doch ein sehr besonders wichtiger Aspekt ist, dass wir Forschung im Verbund, historische Forschung, zukunftsweisende Forschung ermöglichen können. Und die Leibniz-Gemeinschaft hat hier ein großes Prä, ist prädestiniert durch ihren hohen Anteil auch an geisteswissenschaftlichen Themen, die sie in ihren Reihen zählt und weil sie in einer ganz besonderen Art und Weise Grundlagenforschung und Anwendungsorientierung verbindet. Die Leibniz-Gemeinschaft ist Gründungsmitglied von Science Europe, der Dachorganisation von Forschungsorganisationen und hier hat sich der Präsident, der neue Präsident, Herr Kleiner, in besonderem Maße engagiert und eingesetzt und er spricht auch dafür oder steht dafür, dass die Wissenschaft versucht, in Europa mit einer Stimme zu sprechen, weil das natürlich die Chancen gehört zu werden deutlich erhöht und ich denke, das wird sowohl der Leibniz-Gemeinschaft als auch dem europäischen Forschungsraum gut bekommen. Heute gibt es eine Reihe von Auszeichnungen oder gab es von Auszeichnungen und ich glaube, dass zum Beispiel dieser Forschungsverbund Infection 21, der heute neben weiteren exzellenten Vorhaben vom Leibniz-Senat zur Förderung ausgewählt wurde, der sich mit Übertragungswegen von Infektionen beschäftigt und dabei eben auch die Expertise europäischer Partner in ganz starkem Maße nutzt und Themen wie Klimawandel, Pandemien, das sind Themen, große Herausforderungen, Weltherausforderungen oder Aufgabenstellungen, die auf aller Welt oder für die Weltentwicklung wichtig sind und eine reiche Industrienation wie Deutschland hat dort auch eine Verpflichtung. Stichwort Digitalisierung, das ist ja das Thema unseres Wissenschaftsjahres, des diesjährigen Wissenschaftsjahres. Wer es noch nicht gemerkt hat, das Ende des Wissenschaftsjahres verkünden wir nächsten Dienstag und den Start hatten wir hier in diesem Museum, in diesen Räumen, wo es um Kommunikation geht und um Kommunikation, externe Wissenschaftskommunikation ist ganz zentral und da sind die Forschungsmuseen ein besonderes Fund, was die Leibniz-Gemeinschaft hat und sie ist in besonderer Maße dadurch in der Lage, wenn ich an unser großes Naturkundemuseum hier denke, wenn ich an Senckenberg denke, wenn ich an die anderen Museen denke, dann ist das eine besondere Möglichkeit, um auch durch diese Museen Verständnis für Wissenschaft und Forschung auch sehr anschaulich, sehr handfest zu vermitteln und die Demografieausstellung zum Beispiel aus dem letzten Jahr, die jetzt gerade in Hannover gezeigt wird, ist ein sehr praktischer Beleg. Wir haben im Rahmen der neuen Hightech-Testrategie uns in der Koalition insbesondere vorgenommen, stärker Wissenschaft zu kommunizieren, zu kommunizieren nicht nur in etablierten Bürgerdialogen für Interessierte, sondern zu versuchen, die Gesellschaft insgesamt zu erreichen, also nicht nur Verbände und Vereine und einzelne engagierte Bürger, sondern mehr, weil ich glaube, wir haben einen Themenbereich mit Wissenschaft und Forschung, der der entscheidende ist für die Zukunft dieses Landes und das zu transportieren, auch um dann in den Verteilungskämpfen, ob nun in Deutschland oder in Europa entsprechend ein Feedback zu haben oder eine Unterstützung zu haben, das ist außerordentlich wichtig und ich setze hier auch auf die Leibniz-Gemeinschaft. Das Potenzial der Leibniz-Einrichtung wurde durch die Preise, die gestern verliehen wurden, deutlich und auch heute zur Verleihung des diesjährigen Wissenschaftspreises, denke ich, auf den viele neugierig sind, auf den Preistiger. Dann kann man all denjenigen, die gestern ausgezeichnet wurden oder dann heute gratulieren und viel Erfolg bei der weiteren Forschungsarbeit wünschen. Und dieser Wunsch viel Erfolg, der gilt nicht nur denen, die ausgezeichnet wurden, sondern der gilt vor allen Dingen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Leibniz-Gemeinschaft. Ich möchte Sie bitten, die Freiräume, die Ihnen die Politik gibt, zu nutzen und zu nutzen, so wie es Leibniz gesagt hat, zum Wohl und Nutzen der Menschen in unserem Land, aber in Europa auch und darüber hinaus. Viel Glück. Dankeschön.